Wie sahen die Bilder aus, die nie gemalt wurden, die Skulpturen, die nie geformt wurden? Wie viele Formeln wurden nie erforscht, wurden nie errechnet? Wie schön sehen die Gebäude aus, die nie geplant und nie gebaut werden konnten? Wie wunderbar leicht ist die Melodie, die nie den Kopf des Komponisten verließ? Wie hilfreich ist die Maschine, die nie konstruiert wurde? Wie viele Ideen wurden nie umgesetzt? Welche Gedanken wurden nie gedacht? 1933 lebten in Berlin 170.000 Juden, 1945 waren es nur noch 7.000. Niemand kann sich vorstellen, wie viel diese Menschen unwiederbringlich mitgenommen haben. Das darf nie wieder passieren. Nie wieder.